was glaubt man uns die weiterhose der und willkommen zurück von in der oh was oh mein gott ich bin jetzt darauf gespannt wie ich das schaffen soll weil die letzten kämpfe die waren echt schwer aber es freut mich okay okay ich bin gespannt ich wahrscheinlich das 1 2 mal probieren ich weiß jetzt in welchem team ich reingehen soll vielleicht wieder mit dem von jenen oder ich war wenn ich auf wunde zeit kommen kann dann nämlich dann besser kuchen im endeffekt aber schon mit erst mal also was jetzt ist die frage unsere zweifel an der und kraft haben uns hergebracht oder besiegen wir die menschen und zeigen sehr nur was sache ist vielleicht können wir danach wieder nur zuschauer sein warte mal so ist der vertreter meines universums wenn er und alle anderen verlieren werde ich zerstört darüber musst du dir keine gedanken machen wenn wir sowieso egal wie lol was hast du gerade zu mir gesagt was wir dürfen nicht verlieren aber gewinn ist auch keine option aber wenn ich über das geben würde sich erfreut sein okay wie wir es damit mitte dieses ultra instinkt ding kann ja nicht ewig andauern oder darum müssen wir uns nicht kümmern nehmen wir uns die datriben informieren hey dann löst du das mal auf dem kopf nicht hey ich kämpfe gegen andere ja also by the way die göttende der zerstörung haben hier gegen andere gekämpft aber im manga das war übel geil das war richtig geil kann ich eigentlich jedem empfehlen den dragon bow super manga mann aufzulesen um ehrlich zu sein ja das ist natürlich so vom handlustrang ähnlich aber es ist noch mal ein bisschen anders gut jetzt schauen wir mal jetzt bin echt aufgespann was sie abgehen wird und zwar das ist mir egal okay die sache ist die ich kann drei teams wählen also wenn ich mit einem team auch verliere dann kann ich auch meine zeit verbündeten nehmen das das ist halt die sache aber ob ich das halt will weiß nicht ganz ehrlich wäre schon cool wenn ich es mit meinem eigenen team schaffen würde nur mit meinem aber gut schauen wir mal wir kämpfen gegen viele gegner heißt ich sollte auch gut hellenergie bekommen auf jeden fall ich werde alle rausschellen einfach außer auf geht es nicht vielleicht chance nicht unbedingt mitnehmen müssen ja verdammt hätte ich unbedingt mitnehmen müssen weil jeder bekommt seinen superangreif mehr oder weniger wie stark davon aus ich glaube ich werde acht zeit angreifen möchte ich schon kurz meinen bus auf die kraft schufe also ich hätte vielleicht nicht also ich habe ja doch ich jetzt eigentlich schon er und wir kämpfen sehr viele gegner also messen gibt so so sehr viele hellen auf den gehen wir ich gehe auf damit greift er gar nicht an dann gehe ich auch warte mal der hat nicht viel herausgestellt ja wohl sehr gut okay okay interessant interessant ist mal interessant schauen wir mal jetzt muss halt jetzt muss die eikämpfe gehen das ist natürlich die sache wo ich strengel seit ein paar tagen oder auch an sich strengel sag ich mal ja genau jederzeit super noch sehr schön wenn ich das verkackt hätte wie langsam das war wenn ich das verkackt hätte viel schaden haben wir sehr gut ok wir haben ja sehr viel leben das ist das problem let's go die finger sind heute ruhig gestellt genau dies aber mein ohr kratzt ja komm mach mal nochmal noch mal und 30 goku der haut die der haut die zur seite vertraut mir jetzt geil guck mal das ist so geil wenn man es ist geil wenn es einfach funktioniert wenn sache funktioniert so wie man es will wir haben aber trotzdem sehr viel leben das ist das ding krank ohne spaß erste runde 16.000 leben rausgenommen spaß aber erst überlegt ey ich muss beruhigen ich muss beruhigen ich habe es auch noch oh der kann kontern U30 Vegeta du 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 die ح und du 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 weißt auch dass du den Eltern die Wicht nhất s kannst du nicht verzählen ich fähig anspielen so gut war ich und jetzt verkarte ich das ist unglaublich unglaublich ist das das will ich nicht akzeptieren das will ich nicht akzeptieren ohne spaß mann wer uns erstreckt konnte ohne spaß wieso kann niemand von mir kontern es wir haben so wenig leben wahrscheinlich gerade jetzt auch noch zuerst an mann was ich habe so was ich habe so was ganz ehrlich kann man auch nicht beträgen ich glaube ich werde auch laut der was soll ich sagen ja komm alle hoch ganz ehrlich egal was soll ich machen oh mein gott wenn ich das noch verliere dann ok ok gut ich habe es mir schon deutlich schwieriger vorgestellt irgendwo als die kämpfe so die wir haben wir haben die war ein bisschen schwieriger für mich aber gut wir wollen uns nicht beklagen sofern wenn wir gewinnen wie langsam muss das auch für mich einstellen die erste runde war genial die erste mit der war ich echt sehr zufrieden die war richtig genial mit dem voice drops sehr schön sehr sehr schön oh mein gott 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 oh ok der hat auch noch was drauf gut das hat mir sehr gut gefallen das hat mir echt gut gefallen deswegen schauen wie es weiter geht auf jeden Fall also schauen wir mal let's go alles klar jetzt wow du hast doch irgendwas gemacht ich habe mich überrascht ja ja anscheinend sparen sie ihre ganze kraft auf es geht glaube ich ja also kämpfen wir nochmal oder was geht jetzt noch ab da gibt es noch viele stages auf jeden Fall auf dieser map ok dimensionsriss und da geht es weiter im kampf boah interessant an rechts geht es um dimensionsriss ok aber die hebe ich mir irgendwann mal auf die hebe ich mir noch auf ich sage es mal so mit der hauptserve würde ich gerne einfach mal kurz weitermachen so sie lassen das oh mein gott was geht hier ab gegen die pilser schäser ich glaube bei denen nehme ich sogar dann mein berserker gut weg glaube ich schauen wir mal weil irgendwie ja doch wohl ja doch guck mal guck mal guck mal aber wir kommen erstmal zu sie lassen das wir sind alle eine herausforderung wir sollten mal mehr gas geben aber dies ist halt nun nimmt der kampf mir ein ende wir müssen sie das so schnell wie möglich vernichten perfekt nun kann ich kann es halt um die götten das verstörung sammeln dieser eingeblendet lässt das ganze so einfach aussehen das keyconzug wird extrem mächtig sein wenn noch mehr daten reinkommen das dürfen wir nicht zulassen dann schafft ihr sie lassen den rest kannst du uns überlassen okay niemals ihr seid komplett in der unzahl ja ein bisschen mehr vertrauen uns ja wir schaffen die halt auf einmal wenn es sein muss geil 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 wenn du was sagst let's go also sieh nur goku und wie geht's auf vierfachen sehen so geil aus oh let's go so jetzt Timo angesagt okay ich habe jetzt noch meinen Berserker guckleck mitgenommen einfach einfach mal ja keine ahnung ich wollte das einfach mal so machen sag ich mal jetzt die frage wenn sie die chance irgendwie senken oder verhindern dann ist halt okay aber gut so classic einfach mal raus stellen dann schauen wir uns betrachten das ganze mal dann spielt halt auch die serien so weiß ich es ist es mal das war hier keinen schwerer kampf ein schwiegerkamsteinrecht war Oh, knapp. Ey, greift ihr echt euren Vater an, Cell, Junior? Father Cell. Let's go. Oh, okay. So Cell. Kravizian. Oh, yeah. Oh, nice. Okay, jetzt einmal herausstellen bitte. Ey, lassen Sie das. Komm. Okay. So. The Dead Machine. Nope, kein Riesenmodus. Heute geschlossen. Oh, was machen die? Habt ihr das gelesen? Habt ihr das gelesen? Was? Verhindert beim gegnerischen Team die Erhöhung der Heldenergie. Heißt, ich hab jetzt einfach Null Heldenenergie. Einfach Null. Also sollte durch Masking nicht erhöht werden. Gut, dass ich an das Team genommen habe. Völlig gut. Entweder Runde 1 Team würde auch gehen. Aber ich spiele quasi auf die CAs. Da braucht ihr auch keine Heldenenergie. Krank Penner. Was für Penner? Guck mal jetzt. Keine Heldenenergie eigentlich. Es sei denn, sie haben das durch die normalen Kraftschufe verhindert. Also dass es durch die Kraftschufe steigt. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Minus 50%? Oh. Okay, siehst du doch. Durch Masking habe ich dann die doch bekommen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich durch die 3000 Schritte durch die Kraftschufe. wo das verändert. Echt? Ich hab's falsch gelesen. Aber ich glaube ich hab's nicht gelesen. Naja. raus mit euch. Bam. Wichtig. 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 Sehr gut. Jetzt guck mal. Bam. Geht auch nicht so viel Schaden. Ah. Geht auch mit Damage Reduction. Klar. Krass. Was? Gar kein Schaden ey. Ha. Ja. Die haben echt eine brutale Damage Reduction. Ob die CA's dann reichen? Bin gespannt. Jetzt schauen wir mal. Let's go. Let's go. Lohu. Komm mit sie ran. Ich hoffe ich mach Schaden. Und was hast du mir für'n Schaden? Komm. Oh mein Gott. Die tanken das gut. Oder? Die Damage Reduction. Wow. Die haben echt eine gute Damage Reduction. So. Das Ding ist. Ich hab' keinen anderen Hero Traktor. Naja. Die werden das überleben. Das gibt's doch nicht. Bitte nicht. Oh. Möskin. Boah. GG. Die haben's einfach überlebt. Unglaublich. Wenn die jetzt viel Schaden machen werden, dann ist es RIP. Was? Die drei Super Angriff. Die werden mich umhauen. Eiii. Dieses Spiel. This Game. Oh mein Gott. Guck mal. Es gibt's doch nicht viel knapp. Dein Ernst grad? Ich glaub dein Ernst. Warte, 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 warte mal, warte mal. Ist nicht dein Ernst grad. Boah, wie knapp, knapp, wie knapp, knapp, okay, okay, was, was, unglaublich, ey, dieses, unglaublich, unglaublich, ey, unglaublich, dass wir gegen die einfach verloren haben, wie ein Troll ist das, wir sind sehr Junior, oh, mein Gott, keiner weiß, legit keiner weiß, oh, okay, 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 keine Ahnung, na, passiert, passiert, was auch mal sagen, mit dem Dab, mit dem Dab, Orenio, oh, je, die boosten ja auch, was, kommt mal ran, die zwei, ey, ja, so, jetzt, wieder die Finger, wir müssen wieder jetzt gut mitspielen, ansonsten, oh, je, sag ich nur, wow, die haben es überlebt, okay, ich sag nichts mehr, ich sag nichts mehr, ich sag nichts mehr, ey, es ist alles selbstverschuldet, wie kann es sein, wie kann es sein, oh, bitte, oh, mein Gott, wie langsamer muss ich das noch machen, dass ich das mal schaffe, ey, es ist unglaublich, ja, auf einmal, oh, bitte, oh, das zieht sich jetzt wieder, ich kann es nicht glauben, oh, herrde, herrde, unglaublich, jetzt zieht sich einfach wieder, oh, ja, ja, blablabla, komm, alle raus, völlig los, ey, boah, wie knapp, lecker, wie knapp, oh, mein Gott, sag mir jetzt nicht, dass jeder von den kontern kann, sag mir jetzt bitte nicht, dass jeder von den kontern kann, das Game, ey, was ist mit euch, endlich, weg mit euch, Pisser, alles ist da, nachdem wir die Cell Junior besiegt haben, ist, ist der letzte, ja, das war's dann auch schon quasi, wir machen Schluss für diesen Part, Freunde, in dem nächsten Part sehen wir uns dann wieder, wie es weitergeht, eigentlich sollten wir uns langsam dem Ende dieser Map widmen, das ist heute der letzte Kampf dann, oder, mehr oder weniger, schauen wir mal kurz Sneak Peek rein, was uns da erwartet, und zwar, ich denke mal, sie lassen das, ja, genau das, also, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, mach's gut, Freunde, Peace. Outro it won't be alright